Warte mal, was nehmen wir mit Ausstattung? Ach hier ne Glühbirne haben wir noch, ne schöne Glühbirne, oh ja. Nimmst du nicht wirklich so ein Ding damit, ey? Das ist die Glühbirne. Was meins? Ich sag, es kommt kein Backwater-Sump. Wenn du ein braunes Buch hast, also braun ist doch eigentlich immer... Ne ne, das war für die andere Map, das braune Buch. Ach so. Und das lädt, und das lädt, und das lädt. Und was habt ihr heute noch zu fahren? Viel Spaß. Im Ladebildschirm hocken. Guck mal raus aus der Ladezone. Nein, ich called Windfarm. Warum nicht? Du und deine Ladezone, ey. Hab ich von René, ich wusste nie wie das heißt. Übel, ne? Ich hab da immer Ladebeschirm oder so und so gesagt, aber... Ja, Roms, da ist gar keine Karte dabei, das weißt du von ganz guter Generator ist. Ja, kommt auch schon mit, genau. Ja. Bumm. Hast du floppen lassen. Ne, war der andere. Ja, der kommt auch direkt hin. Ja, ja, nur auf die anderen Schiene. Ah, so kennen wir dich. Was denn? Hast du floppen lassen, der kriegt's ab. Dann bist du ja mal ein toller Team Kamerad. Oh, floppen kommt zu mir. Spaß. Packst du ein riesen Ding da außen, leuchtest du mich erstmal an? Kommst du erstmal fliehen mit dem Ding? Oh, fuck. Ein riesen Ding packt er aber. Ja, ist ein riesen Flutlicht aus der Tasche hier. Bond willst du ihn mal retten? Ja, aber der fehlt auch so mit mir. Oh nein. Ernt so mit mir. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jetzt wollte ich ihn grad retten. Mann, 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 Mann. Ja. So, Alter. Wird schlecht. Wird schlecht. Irgendjemand hat ihn grad zu mir gelacht. Er jagt ihn. Jaja, ich bin direkt hier bei ihm. Ja, ich seh euch. Ich bin da hinterm Stein. Ach, da bist du. Hehehe, jetzt holt er dich auch. Nee. Fritz mich. Hört schon wieder den Typen. Wir sind kommentiert. Oh, kommentiert. Oh, Ponda, bist ja du? Nein! Alter, hau ab! Toll, mich hat er erwischt. Der hat sich ja gar nicht geheilt, der Typ. Ganz toll. Warum hat denn der sich nicht geheilt? Der ist direkt tot, ey. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay. Hier kann es. Dabei hab ich gedacht, Ponda ist der Erste. Das haben wir anderen im Vortritt. Ach so. Ja. Meine Olle macht voll den Krach hier. Ja, dann komm mal her. Da wo du grad geschlagen worden bist, da bin ich immer noch. Fuck. Ja. Ich hab doch an deinem Set. Ah, nun weil ich mich grad kratzen muss, weil das so juckt. Aha, bist du schon da? Hat mich da irgendwas gestochen? Ich auch? Ja. Dafür hast du dasselbe Fee, weil mich hat auch was gestochen. Dasselbe, genau. Bestimmt von hier nach Karlsruhe gefahren. Wieso hast du den nicht rumgemacht? Ey, wieso macht der mein Generator wieder kaputt? Dann hab ich grad so schön... Oh, Moment, Moment. Rob, ey, Pond, hier bin ich. Bleib stehen. Bleib stehen. Komm her. Und jetzt? Achtung, 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 er kommt. Das, wie sollte ich stehen bleiben, ne, ist klar. Spass, nein, natürlich net. Toll, ich bin schon wieder verletzt. Bisch hört. Kann er mich jetzt mal in Ruhr lassen hier? Penner. Kommst du in den Keller, wenn der hier ist? Ja. Oh, hast Glück, der Keller ist sogar hier. Aber hier ist nicht mal ein Brett zum Umwerfen, also. Ist ja auf der anderen Seite gewesen. Ich hol dich gleich. Ist ja dein erstes Mal, ne? Arschnase. Ja, ist mein erstes Mal. Rob, lenk ihn ab, ich hol ihn. Dass ich ein Ding von hinten reingriege. Der kommt zurück, der kommt zurück. Ja, ja, ich hab's schon gesehen. Jetzt hol ich ihn. Jetzt hol ich ihn. Er kommt wieder. Ja, ja. Jawoll. Sehr gut, Pond. Sehr gut. Ja, was soll ich denn jetzt auch machen? Hochern. Durchs Fenster. Die Barriere umkippen. Oben. Barriere. Barriere. Ja, sorry für mein... Weischt ich das? Kommt ja bestimmt zu mir. In den Schrank. Ne, ich glaub der ist nicht so stark. Ja, ja, ja. Komm wir rennen gleich hoch. Der kommt schon wieder. Nicht. Komm in meine Richtung. Wo bist denn du hin? Ich bin geradeaus rausgelaufen. Ja, durch die Barriere durch. Na egal. Komm, da ist ein Generator auf der linken Seite. Siehst du den? Da bin ich jetzt. Der Generator. Der findet mich gerade wieder. Alter. Zisch. Wer ist mir hinterher gerannt? Mann, 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 Mann. Ja, ist Dreck hier. Schade, Mann. Idee war gut. Umsetzung war scheiße. Ja, die Idee wär besser gewesen, mir hinterher zu rennen. Bye, bye. Ich wink euch dann mal von oben zu. Ja, ich konnte wenigstens Punkte machen, danke dafür, ne? Danke Merkel. Alle Robben, wie auf deine Scheiße, das ist der Tourhaus, WUM! Ha, ha, ha. Ah, wie gerade das Weihnachten wird denn, dass wir endlich mal so einen Hänger oder einen Hänger schenken können. Übel, ne? Ah, echt. Oh, er sieht mich nicht. Allerdings, in den Maiskolben kann man sich auch gut verstecken. Deine Generator in den Maiskolben ist fast fertig, ne? Der ist bei 80%. Ja, ich mach da auch gerade einen in den Maisfeld. Man kann auch den Maiskolben nicht verstecken. Spaß. Der Killer kommt da zu einem Generator, äh, zu dir Robben. Dann, der Generator ist bei 90%. 95%. Jo, meiner ist fertig. Ja, aber er macht ihn wieder kaputt. Ja, aber er macht ihn wieder kaputt. Der, der findet hier keinen Haken, er bringt ihn in den Keller. Der kriegt er dich aber nicht. Das schaffst du. Das schaffst du. Warte, da ist ne Palette. Nein, er läuft außen rum. Warum? Damit er mehr Zeit hat, sich zu befreien. Ja. Wenn er hier durchläuft, dann werfe ich die Palette runter. Macht das. Fällt man dann auch wieder runter? Ja, ja. Läuft er durch? Ja, 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 ja. Cool. Mach der Generator. Hätte nur beide am bluten und am rumstöhnen, ne? Ja, guck mal, ich halt mich aber grad. Oh, komm näher. Der, 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 der ist links von dir hinterm Stein. Ich seh's, da braucht er eine Falle hoch. So. So. Ich blute nicht mehr. Ha, guck mal, er sieht mich einfach nicht. Ich muss einfach nur dich hinsetzen. Er sieht er dich nicht. Warte. Ich hab' wieder voll an mir vorbei geraten. Rob, bist du bei deinem 90% Generator? Ja. Ich hab' hochgejagt. Der Killer ist ganz in der Nähe. Ich hab' floppen lassen. Ich hab' jetzt einen auf 60%. Rob, ich hab's gleich. Ja, der Killer hat gleich einen Rob. 70%. 80%. 90%. Da ist die Luke gewesen. Ah, gut zu wissen. Rob, ich hab' fertig. Warte. Nicht fertig, ich hab' einen Meinungsbeutel. Ja, Rob, jetzt retten. Das erste Mal hängst du, ne? Da hast du meinen Ausgang auf. Nein. Ich hol dich. Soll ich's jetzt probieren? Nein, ich hol dich. Ich hol dich, ich hol dich. Aber gleich weg. Heil mich, heil mich. Nein, gleich weg, der kommt. Wenn du mich heilst, dann brauch ich zwei Hitter. Das ist der bessere Weg. Lass mich komplett heilen. Er kommt wieder. Dann lass du dich hinten, renn du vorneweg. Nein, Digga. Versteck dich erst und dann renn' einmal rum. In den Schrank. Was ist denn in den Schrank? Wenn hier unten keiner ist, geht er wieder hoch. Ich renn' dann raus, also wenn er zu dir geht, renn' ich raus, dann kommt er zu mir. Genau, genau. Lass den Schrank aber floppen. Jaja, das mein' ich ja. Da muss auch passen, da ist schon übelst viele Fallenplatz hier oben auf der Map. Echt? Gar keine gesehen bis jetzt. Aber er ist gar nicht da. Ich glaub der ist schon wieder weg, dann hört der gar nicht mehr. Neee. Ich will gleich zurück in den Schrank gehen, ne? Erst langsam rausgehen, na? Nee, doch nicht. Dann werden wir gleichzeitig rausgehen, ne? Aber irgendwann wird man auch sichtbar, ne? Nee, also wir bewegen uns so. Wenn du jetzt so instant in den Schrank hockst. Naja, genau. Wie lange dauert das eigentlich? Das kommt doch vor allem irgendwann kommen Raben über dich. Dann kriegst du Haustiere. Ich dachte, der sieht dich denn, dass du da leuchtest oder so was? Nein, nein, Quatsch. Hast du nie als Killer gespielt? Nee. Nur ein, zwei Mal oder so. Ja, dann weißt du ja gar nicht, wie du du am besten wegrennst und so. Du musst mindestens einmal als Killer gespielt haben und so. Wo waren es denn ausgehen? Ich hab' einmal versucht da mit der Hexe, aber... Ja, nimm mal Fallensteller oder so. Das ist so ziemlich der einfachste. Eigentlich. So für den Anfang halt, ne? Der läuft bestimmt hier Ausgänge ab. Naja, der ist direkt hier im Ausgang. Ja, der macht dann eine Falle hin da vorne am Ausgang. Warum gehen wir zum anderen Ausgang? Dann tun wir immer wieder die Fallen weg machen. Und dann rennen wir immer wieder hin und her across the map, weißt du? Du hast schon mal irgendwas floppen lassen? Haken oder so? Dann mach' ich hier mal auf. Ich guck' es halt nur schon extrem offen. Hast du was floppen lassen? Die Falle, ne? Ich hab' die Falle, ja. Okay, dann mach' ich jetzt zu. Ich mein' jetzt auch floppen lassen. Ah, kommt. Ja. Ich mach' nen Ausgang auf. Wo sind wir eigentlich? Äh, hier drüben. Nein! Nicht dein Ernst. Kommst du raus? Ja, mit dem Keller. Renn zu mir, renn zu mir. Jetzt macht's das gleich. Mit dem Keller. Mit dem Keller. Ausgang ist gleich offen. Komm her, komm her, komm her. Warte, ich renne entgegen. Ausgang ist schon offen. Ich renne dir entgegen. Nicht dein Ernst, dass du in den Keller kommst. Das wievielte Mal? Das zweite Mal. Das zweite Mal. Oh Mann, das war mir 90 Prozent. Bleibt der bei dir? Ja, ich hab' Herzklopfen. Ich bin hier direkt neben dem Keller. Ja, rechts neben. Die läuft da her. Ja. Man hört nur das Herzklopfen gar nicht mal. Warum ist das so so laut? Ich hab's das letzte Mal losgelassen, ne? Oh, nicht gut für mich. Ich komm. Kann ich hellen? Ich nehme eine Werkzeugkiste in Heilig schneller. Oh, 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 Dicker. Da hinten ist kein gutes Ding. Ich renne gleich raus, okay? Ich rück gleich Shift und renne raus. Er kommt runter. Raus, raus, raus. Nein! Verdammt. Boah, ist gut, ich hab' noch Selbstheilung. Ach so. Lass' dich ein bisschen ablenken. Bitte, bitte, lass' dir Zeit, was erzählt. Ja, ja, ich lass' mir schon. Oh, das ist ne Falle. Nein, der Ausgang steht noch zu, hier auf der Seite. 50 Prozent bin ich. Dicker, ich werd' jetzt sterben, ne? Ich geh' jetzt sowas von drauf. Hast du den auch gemacht? Ja. Aber ich werd' jetzt hängen. Ich häng' jetzt. Ich komm' in den Keller. Höchstwahrscheinlich. Der bringt mich in den Keller, ja. Lenk' ihn ab, lenk' ihn ab. Oh, ich bin unten. Nice. Ich hab' geblendet und ich bin in der Falle. Geh' zu nem anderen Ausgang auf der anderen Seite. Du bist in der Falle. Ja, ich bin weg. Nein, Robben. Nein, Robben. Ich hab' den nicht gesehen, aber ich hab' den geblendet. Oh, Robben, das tut mir so leid. Ist doch in Ordnung. Ich geh' noch die Luke suchen. Die Luke hab' ich gefunden. Ja, ja, ich bin aber auf der anderen Seite jetzt. Ich wissen immer, wo die war. Ach, Mann. Ich weiß ungefähr, wo es ist. Ich weiß ungefähr, wo es ist. Ich weiß, da haben wir noch das Selbstverhältnisprojekt drinne. Und dann renne ich voll in die Falle rein. Das wär' jetzt zu schön gewesen, ne. Ja, das war wieder im Dream Teamverfolg. Alles heißt, trotzdem ne gute Runde. Am Ende ist du mit dem Retten noch und allem. Ja, Mann. Das war schon noch gut. Ich guck' dir mal noch zu, ob du das schaffst. Ich bin doch schon am Ausgang. Nee, ist. Ich heil' mich grad. Oh, da kommt er. Er ist hinter dir. Hätt' er wohl gern' gehabt. Aber trotzdem noch ne schöne Runde zum Schluss. Ja. Also vom Teamwork her, ne. Nein, ich hätt' fast zwei Balken auf einmal bekommen. Äh, zwei solche Punkte. Nicht schlecht. Na, hätt' ich 25. Wir haben 600. Okay, 500 Punkte jetzt gefehlt. Der Killer war aber in Ordnung. Leid nicht gekämmt. Ja. Das war echt voll gut. Schon wieder 247.000 Blutpunkt. Ich weiß gar nicht wohin damit. Und 995 von diesen Steinen da. Was? Gucken, was man sich da kaufen kann. Sprintboost. Wenn du, ähm, zu Rennenbeginns verfalle, in einen Sprint mit 150% der normalen Laufgeschwindigkeit für maximal 30 Sekunden. Das war die normale Weise ja schon so an sich, ne. Ja, klar. Sprintboost hat man an sich eigentlich schon, wenn du hier die Make Thomas hast. Ja, ja, klar. Das ist ja von den anderen Leuten immer das Perk. Schnell und leise. Ah, das ist doch noch auf Englisch. Do you not make as much noise? Aber auch keine Geräusche, keinen Lärm macht man da, okay. Tiere scheinen dir zu vertrauen, dass sie in deine Anwesenheit oft ruhig bleiben, reduziert die Chance auf Warnung durch Waldkreaturen um 80%. Ich denke gerade an die Krähen, die waren eigentlich wieder auf unserer Seite bis jetzt, oder? Nicht. Ja. Du bist widerstandsfähig, gegen Schmerzerholung, Betäubungsmanagement für Ursache und psychische Objekte ist um 15% erhöht, erhöht die körperliche Betäubung. Ich bin verursacht durch Perks. Durch Perks. Okay. Okay. Ne, davon brauche ich eigentlich nichts. Egal. 48 ist Level. Also ich bin auch fast wieder auf 50. Machst du noch mehr Prestige? Ne, ich brauche halt die Selbstheilung noch, ne? Ah, stimmt. Ja, das kriegst du halt durch das Ding, ne? Oder ich schreie, oder was? Ja, genau. Weil das Selbstheilung ist ja eigentlich von diesem Charakter, wo Pond spielt. Ach so? Ja, und da kannst du halt die Perks von anderen Charaktern sozusagen kaufen, ne? Ja. Also muss ich warten, bis es mal wieder im Schrein ist. Also in zwei Tagen können sie bei dir wieder dabei sein. Genau. Also von der Claudette ist das. Stimmt, weil von unserer ist nämlich dieses, äh, Sprintbus ist nämlich von unserer. Genau, und das können uns die anderen Charaktere sozusagen kaufen, ne? Ja. Gut zu wissen. Weil dann hat jeder Charakter quasi seine spezielle Fähigkeit. Genau. Und die kann man so dann mischen halt mit diesen Kaufdingern da. Ja. Ja.